Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Reaction hier auf diesem Kanal. Heute die neue Folge von The Real Life und zwar Folge 14. Bevor wir damit anfangen, Freunde, wichtige Infos. Heute kommt nämlich auf jeden Fall mindestens noch ein Video. Also mehr als zwei will ich eigentlich auch wirklich nicht bringen. Das Ding ist, es gibt irgendwie so viele Themen und Formate, dass ich gefühlt irgendwie fünf Videos pro Tag hochladen müsste. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen too much. Deswegen versuche ich immer, dass ich es irgendwie aufteilen kann. Und ja, nicht mehr als zwei Videos kommen. Auf jeden Fall heute wird noch oder kam schon, ich glaube wahrscheinlich sogar eher kam schon, ein Video zu dem neuen Format und zwar Match Swipe Love. Ne, Swipe Match Love. Ich glaube, so rum heißt das. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, das Format startet ja jetzt und dazu kommt natürlich auch eine Reaction. Also dürfte eigentlich dann schon online sein, wie gesagt. Und ansonsten starten wir rein hier in die neue Folge von The Real Life. Die ganze Folge gibt es natürlich wie immer bei RTL Plus. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß mit dem Video. Folgt mir bei Instagram. Namen seht ihr eingeblendet. Und damit, let's go. Hallo. Hallo. Oh, jetzt exklusive Einblicke bei Melody. Kommt rein, kommt rein. Hallo. Guten Tag. Ich treffe mich heute mit Vanessa. Wir haben ja schon lange vorgeschlagen, die Babyparty für Alessia zu planen. Das machen wir jetzt auch. Ich habe schon ein bisschen im Internet geguckt, was man auf Babypartys eigentlich so macht. Ja, ich wollte das gerade sagen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich sowas angehen sollte. Vor allem nicht dann, wenn man das geschlechtlich weiß. Also wenn man das kennt, dann glaube ich, ist das auf jeden Fall machbar. Aber so irgendwie stelle ich mir das schon echt schwer vor, muss ich sagen. Aber heute werden wir lernen, wie es funktioniert, Freunde. Also Partyspiele sind super wichtig. Und dann natürlich die große Ehre des Gender-Reveals an sich. Das Eigentliche, wofür die Gäste kommen, wird es ein Mädchen oder ein Junge der Dreh- und Angelparty. Meine Mami, hier, zeig doch nicht mal das rein. Ja, hallo, guckt euch nicht so genau rum. Ja, also das ist jetzt meine Wohnung. Ich habe die aber von einer Freundin gemietet. Viele private Dinge stehen jetzt hier, aber nicht rum. Was ist denn hier? Nee, ich bin gar kein Mensch, der großartig was besitzt, außer halt Klamotten und Schminke. Das ist so meins, paar Schuhe noch. Aber sonst habe ich nicht so viel. Ich reise ja immer ganz... Einfach diese Vitrine oder dieser Schrank, der da stand, sah auch einfach leer aus. Viel durch die Welt. Also für mich ist es tatsächlich praktischer, nichts zu haben. Aber es gab auch mal eine Geschichte in meinem Leben. Jetzt kann ich über sie lachen. Früher war sie ganz furchtbar für mich. Also hier, ja, maus. Wo alle meine Sachen, die ich jemals besessen habe, von der Person weggeworfen wurden. Also ich war damals ja in psychologischer Behandlung und da habe ich jemanden kennengelernt und die war halt auch depressiv. Und wir sind dann zusammengezogen. Es ist vielleicht nicht immer die beste Idee, auch mit Leuten, die auch psychische Probleme haben, dann zusammenzuziehen. Also es hat dann nicht so gut funktioniert. Ich kam eines Tages nach Hause und die Schlösser waren ausgetauscht und dann kam ich nicht mehr an meine Sachen. Boah, okay, das ist schon krass. Stellt euch das mal vor, ihr kommt nach Hause und ihr kommt einfach nicht mehr rein. Und ihr kommt nicht mehr an eure Sachen, ey. Okay, das ist schon heftig. Aber als ob sie die nicht mehr wiederbekommen hat irgendwie. So, also keine Ahnung, ja. Eigentlich gibt es ja sowas wie Polizei. Ich weiß nicht, ob die was machen oder nicht. Aber ja, eigentlich sollte man es erwarten können. Ich bin auf den ersten Blick jemand ganz anderes als auf den zweiten Blick. Und da spielt auch mit rein, dass die Leute, glaube ich, denken, ich wäre gut drauf und hätte immer Bock auf Party. Aber in mir sieht es schon... Ja, das strahlt sich auch aus. Also alleine jetzt hier gerade in den letzten paar Sekunden, so würde man eigentlich genau das denken. Oder würde ich genau das denken. Ja, da hat sie recht. Also ich habe schon den Vorspann gesehen. Deswegen weiß ich schon, dass da noch ein bisschen mehr dazu, glaube ich, kommen wird. Aber ja, würde man natürlich nicht denken. Also ich hätte es nicht gedacht. Aber ich glaube, das ist ja bei den meisten Leuten auch an sich schon irgendwie so, dass mehr dahinter steckt, als man auf den ersten Blick sieht. Man gibt ja auch nicht alles von sich preis. Und gerade solche Dinge geben ja die wenigsten von sich preis. Muss man auch sagen. Hast du denn danach dir überlegt, jetzt habe ich kein Stuff mehr von mir, jetzt ist alles weg. Scheiße. Ja, es war damals ganz praktisch, weil ich war dann obdachlos. Deswegen war eigentlich ganz gut, dass ich nicht so viel hatte. Ey, man muss... Die Story ist halt bis dahin schon übelst traurig eigentlich. Aber ab da wird sie einfach doch mal zehnmal so traurig. Man muss das alles mit Humor sehen, sonst würde man das doch nicht überleben. Aber dann irgendwann L.A. und das ist ja jetzt noch nicht lange in jedem Fall. Ich habe ja auch irrational viel Geld die letzten Jahre ausgegeben, als ich in Los Angeles gewohnt habe. Ja, das ist alles sehr teuer. Das ist auch ein großer Grund, warum ich zurück bin. Da werde ich gar nicht lügen. Aber es war okay für mich, weil das war mein Traum. Und um mein neuerlangtes mentales Wohlergehen zu festigen, war ich da halt einfach zwei Jahre lang. Und ja, dann habe ich halt mein ganzes Erspartes ausgegeben. Aber mir geht es jetzt gut und das ist mir alles wert. Ja, das ist ja das Wichtigste, dass man es sich bereut. Ich war in der Psychiatrie. Dort wurde mir geholfen, da habe ich professionelle Hilfe bekommen. Es hat mir auch wahnsinnig weitergeholfen, weil ich auch erst mal gezwungen war aufzustehen und einen Alltag zu erleben. Also ich musste die Basics wieder lernen. Ich konnte nicht duschen. Ich konnte nicht Sehle putzen gehen. Ich hatte keinen Antrieb, irgendwas zu tun. Meine Haare sind verflößt. Ich hätte wohl vor mich hinweg geschehen. Ich konnte nicht ganz lange schon die kaufen. Oh ja, das ist schon krass. Also ich finde das krass, dass sie da so drüber redet. Also gerade bei solchen Dingen, wie ich ja vorhin schon meinte, die wenigsten Leute würden sowas überhaupt erzählen. Und den meisten Leuten, also natürlich ist es auch irgendwo unangenehm, aber umso krasser ist ja, wenn man das trotzdem raushaut. Und man muss wirklich sagen, bei The Real Life, egal ob das jetzt Nathalie war, ob das Vanessa war, ob das Melody war, Diogo war. Ich glaube, der Einzige, nee, okay, ja, bei Alessia auch so ein bisschen, ne. Aber ich glaube, eigentlich gibt es fast keinen, Calvin bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber wir haben überall so hinter die Fassade blicken können, wenn man das so sagen kann. Wisst ihr, was ich meine? Also überall wurden auch schon krassere, deepere Themen angesprochen. Und ja, das ist auch echt gut so, ne. Also ich denke, das wird wahrscheinlich auch Leuten, die das anschauen, halt auch weiterhelfen. Und deswegen ist es natürlich umso besser, wenn es Leute gibt, die über sowas reden. Ich habe so viele Sachen in meinem Leben verpasst, weil ich jahrelang zu Hause saß und in die Luft geguckt habe. Ich habe dreimal die 10. Klasse gewartet, weil ich nicht zur Schule gegangen bin. Nicht, weil ich dumm bin. Bin ich dumm. Aber ich konnte nicht aufstehen. Sehr lange. Heftig. Irgendwie ist es schon schön, immer wieder Leute hier zu haben. Aber umso besser ist ja auch, wenn man da wieder rausgekommen ist, ne. Und das scheint es ja auf jeden Fall zu sein. Hast du sonst kein Besuch hier? Nee, ich bin sowieso ganz komisch mit meiner Wohnung. Also dadurch, dass ich so dran gewöhnt war, jahrelang zu Hause, als ich dann zu Hause hatte, zu sitzen. Und da sah es teilweise auch echt schlimm aus. War das immer so mein depressives Reich. Deswegen lasse ich eigentlich keinen rein, aber ich mache für euch eine Ausnahme. Wenn ich so mein 14-jähriges Ich heute treffen könnte, die sehr depressiv war und die gar nicht leben wollte. Damals dachte ich, ich habe keinen Platz auf dieser Welt und ich gehöre hier überhaupt nicht mehr hin. Und heute weiß ich, dass ich hierhin gehöre. Und das ist alles richtig, so ist, wie es ist. Ich bin ganz, ganz froh, hier zu sein. Krass. Ey, wie alt bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt 28. Oh, in zehn Jahren bin ich 38. Die Zeit vergeht so schnell. Ja, also da will ich auf jeden Fall schon ein bis zwei Kinder haben. Aber bis dahin mache ich noch fleißig Reality-TV. Bau im Hintergrund so ein bisschen so Business-Zweige für mich auf, weil es ist immer wichtig, was Bestes so zu haben. Was man auch weitermachen könnte mit Kindern und dann nur von zu Hause aus steuern könnte vielleicht. Also das wäre so mein Traum, ja. So, es kann losgehen. Ich hoffe, ich jetzt mit Vanessa. Ich muss wirklich sagen, auch da wieder, ich finde es krass, dass die Leute so, auch Kevin, Diogo auch, so oft damit umgehen, dass das gezeigt wird von außen, wo die wohnen. Weil es gibt ja immer irgendwelche Leute, die das erkennen können oder da schon mal vorbeigekommen sind oder, keine Ahnung, jeden Tag vorbeilaufen zum Bäcker so, natürlich nicht wissen, wer da wohnt und das dann wissen so. Ich finde das immer krass, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, bei sowas bin ich irgendwie voll vorsichtig, aber ja, muss ja jeder selbst wissen. Shoppen für die Baby-Party von Alessia, müssen die auch noch ein bisschen besprechen, erstmal was planen, aber ich freue mich richtig drauf, let's go. Ey, Kevin ruft an. Hallo? Ey, ich habe jetzt so einen Weihnachtssong auf jeden Fall klar gemacht. Aha. Ah, was ein Zufall, dass Calvin genau in dem Moment anruft. Ja, ich habe, gestern habe ich Storys gesehen, ich predikte, das wird in der nächsten Folge kommen und zwar, dass sie im Tonstudio sind und da irgendwas aufnehmen. Also, da war nämlich Melody gewesen, Alessia, Calvin, ich weiß nicht, ob noch irgendjemand dabei war, aber die auf jeden Fall, die drei, die wollen ja so einen Weihnachtssong machen, ja. Ja, vielen Dank, dass du es klar gemacht hast. Ja, cool, voll gut, machen wir. Alles klar. Sehr gut. Vanessa sollte ja eigentlich auch mit drauf. Ich bin da echt mal gespannt drauf. Also, wenn das draußen ist, das gucken wir uns natürlich auch an. Du warst ja beim Karneval nicht da, wo warst du denn? Ähm, ich war auf einer privaten Feier. Ja. Ah. Ich glaube, ich weiß auch von wem, von Mr. X bestimmt. Ich habe Mr. X gesehen. Ich habe jetzt nicht so, was? Ich habe jetzt nicht so krass Karneval gefeiert. Ja, Zorro, das ist gut, dass du vom Thema... Nee, ich sage nichts weiter dazu. Ablenkst, weil wir wollen das nicht verraten. Okay, aber alles gut. Also, dieses Mr. X-Thema, die Leute, die raten da wirklich quer durch die Bank. Das hat natürlich einen Grund, wieso ich das jetzt privat halte. Wir lernen uns erst kennen, deswegen will jetzt auch keine Beziehung. Das bleibt jetzt erstmal alles so und ich werde auch damit nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen, wer das ist. Also, kann ich komplett verstehen. Das Ding ist, ich sage euch aber, also, dass man das nicht möchte, dass die Beziehung in der Öffentlichkeit steht, kann ich sehr gut verstehen. Das Ding ist aber, ich verstehe... Also, ich würde das schon trotzdem nicht mal so machen. Weil das Ding ist nämlich, die Leute werden dich, wenn das jetzt so eine Kennenlern-Fase kann ja auch mal schnell platzen, so, ne? Und wenn dann die Leute dich die ganze Zeit, auch selbst wenn es nur mit Mr. X ist, voll nerven, so, weiß ich nicht, stelle ich mir auch schlimm vor. Also, ich glaube, also, eine Beziehung würde ich noch eher in die Öffentlichkeit stellen, glaube ich, als eine Kennenlern-Fase. Weil ich finde, sowas darf man immer gar nicht so viel Gewichtung geben. Aber vielleicht liegt das auch nur an meinen Erfahrungen, ich weiß nicht. Ich war da auf der Karnevalsfeier mit Cosimo. Und wer war's? Ja, ganz gut, Cosimo ist auf mich zugekommen auch tatsächlich. Das weiß ich jetzt auch gerade im Nachhinein noch mal mehr zu schätzen, weil er ist ja sehr, sehr stolz. Und ich glaube, nach wie vor noch, wir haben über zwei ganz verschiedene Sachen geredet und keiner weiß, was der andere meint. Und jetzt ist alles gut. Ganz ehrlich, ich bin auch immer voll der Fan davon, dass man sie verträgt. Die hast es voll streit. Ja, das ist auch nicht... Ach so, ja. Aber wie ist es denn jetzt mit Jugo und Jugo? Ich muss nämlich auch noch was sagen. Ich glaube, dieses Mädchen... Julia, sie habe ich kennengelernt auf dieser Karnevalsfeier. Oh, 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 jetzt wird hier richtig losgelästert gleich. Haltet euch fest. Nein, glaube ich nicht. War eigentlich ziemlich nett zu mir, muss ich dir mal ehrlich sagen. Ja, das ist ja völlig okay. Wenn ich jetzt mit Cosimo cool bin, könntest du mit Jugo doch mal... Nein. Könnt ihr euch die Hand reichen? Nein, niemals. Bist du doof? Nur so viel, die Gruppen schneiden. Nein. Nein. Wieso sollte mir... Ich vertrage mich nie wieder mit denen. Der kann auf den Füßen angreichen und kann mir... Keine Ahnung was. Das wird nie... Jetzt müssen die wieder Jugo irgendwie mit einbauen und ihn dann nochmal so auf unangenehm irgendwie sowas fragen wie, wenn die Vanessa jetzt wieder bei dir ankommen würde, wie würdest du dann reagieren so? Das wäre jetzt geil. Aber wird wahrscheinlich leider nicht passieren. Auf jeden Fall, wir halten fest, Vanessa ist da nicht so offen dafür. Mr. X vielleicht auch nicht. Nein, Spaß. Wieder gut. Nein, okay. Ich würde sagen, wir waren erfolgreich. Also wir haben einen Plan auf jeden Fall, ne? Wir wollen so eine Ballonwand mit so einem Bogen oder so vielleicht. Für die Influencer, damit die auch was zum Fotografieren haben. Ja, am besten wo innen steht so Boy... Ganz wichtig. Ganz wichtig. Kann ich da ein schönes Foto davor machen. Girl, damit man halt nur weiß, wie und was. Dann wollen wir Konfetti-Kanonen. Und am besten auch eine Polaroid-Kamera. Ihr habt da eine daheim. Wir kaufen da nur ein paar. Und dann kaufen wir ein Buch. Und dann klebt jeder von sich halt so ein Foto rein. Mit irgendeinem Gegenstand in blau oder rosa. Und dann kann man was dazu schreiben. Für das Future Baby. Die wird sich richtig freuen. Ich bin stolz auf uns. Ja, haben wir gut gemacht. Also das mit der Polaroid-Kamera finde ich ist auf jeden Fall eine geile Idee. Hier übrigens Melody. Ja, Stößchen. Heute bin ich bereit, um Essen zu sehen. Weil ich habe nämlich genau vor dem Video gegessen. Heute kriege ich mal keinen Hunger. Und wir sind ja wieder bei Hotel Mama. Das heißt, wir sind ja wieder bei Calvin. Ja, Mama Klein hat mich versorgt. Und jetzt höre ich mir den Weihnachtssong an. Ich bin sehr gespannt, wie weit Calvin schon ist. Und ich lasse mich erst mal überraschen. Ja, man kann sich auch immer schön ein bisschen Honig in den Tee machen. Habe ich gehört. Wir haben einen Weihnachtssong geplant. In Zusammenarbeit mit Ben Festito und Nick Montes. Und den wollen wir als Crew gemeinsam zusammen aufnehmen. Und ja, den wollte ich jetzt mal Melody ungefähr ein bisschen zeigen. Ach, da ist er auch schon. Hallöchen. Na du, zeig mal, was du hast. Genau. Also, wir haben da so, wir wollten da so ein Gruppending machen. Deswegen haben wir auch für alle was dabei. Du hast schon einen Text mit Einteilung. Der Text ist schon komplett fertig. Beat ist fertig. Alles ist fertig. Und wer rappt, wer singt? Du singst natürlich. Ja, danke schön. Dann haben wir halt natürlich auch so Alessia, die will ja auch rappen unbedingt. Yogo kann auch so ein bisschen rappen. Vanessa singt auch. Und Chris versorgt uns auf dem Lied mit ein paar Gesprächen. Ey, an so Gespräche habe ich auch gedacht. Und ist das schon alles fertig? Ja, alles ist fertig. Ich bin wirklich echt gespannt, was dabei rauskommt. Also gerade jetzt bei den Leuten, von denen man ja noch nichts kennt, wie jetzt Yogo zum Beispiel, Alessia. Ich weiß nicht, Yogo hat ja, Calvin gemeint hat, früher irgendwie mal ein bisschen gerappt und so. Ich glaube, Alessia hatte ja noch nie was in die Richtung gemacht. Deswegen, ich glaube, das kann. Und gerade auch natürlich die Einblicke wieder hinter die Kulissen, die können auf jeden Fall sehr lustig werden. Ja, wir haben alles fertig. Kann ich das irgendwie hören? Ja, ich fack dir erstmal den Beat. Und den Text. Genau. Frohe Weihnachten, das Fest der Liebe gemeinsam. Komm, lass uns feiern. Das ist die schönste Zeit, wenn es draußen wieder steht und wir zu Hause alle zusammen sind. Yeah, yeah. Frohe Weihnachten, das ist der Liebe gemeinsam. Komm, lass uns feiern. Das ist die schönste Zeit, wenn es draußen wieder steht und wir zu Hause alle zusammen sind. Yeah, yeah, yeah. Ich glaube, wenn das wirklich geil aufgenommen ist und so, kann das echt nice werden. Überrascht, weil ich bin Calvin die letzten Wochen die ganze Zeit hinterhergerannt. Habe gefragt, wann wollen wir denn was schreiben? Wann geht's mal los? Wie findest du diesen Beat? Und es kam nichts. Und jetzt ist fertig. Ich habe das Spiel auch schon klar gemacht. Okay, also wir reden mit den anderen jetzt. Alessia hat auch den Weihnachtsmarkt. Da gehen wir doch alle hin, du kommst auch, oder? Ich leider nicht. Ich muss, ich kann wieder nicht. Ich muss wieder in den Disco-Club, Booking und so. Achso, okay. Ich muss nach Neumünster, aber... Naja, es läuft. Das ist ja die Hauptsache. Last Christmas war gestern, jetzt kommt hier der Real Life mit dem Weihnachtssong. Wie heißt der eigentlich? Das habe ich mich gerade auch gefragt. Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Weiß ich, wie der heißen wird. Keine Ahnung. Aber Last Christmas war auf jeden Fall gestern. Ihr zwei habt jetzt auch gerade noch ein neues Projekt irgendwie, habe ich mitbekommen. Was ist das denn, Calvin? Genau, also wir haben, also Melodie mit Xenia zusammen und ich mit meinem Bruder zusammen, jeweils als Team, haben wir an einem Dating Contest teilgenommen. Swipe Match Love, Reality Stars sind Date Fieber. Und ich glaube, ich habe mich seit Temptation Island VIP auf keinen Format mehr so gefreut wie auf dieses. Ey, mir geht es auch so. Ich freue mich wieder. Also das ist so geil, das hat diesen Urlaubsfeeling. Ja, da bin ich auch echt gespannt drauf. Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Ich frage mich eigentlich gerade, wie konnte ich eigentlich immer die Reihenfolge von den Wörtern vertauschen. Eigentlich ist das so, klar, Swipe Match Love. Ganz easy. Auf jeden Fall, das kommt ja glaube ich heute Abend um 0 Uhr raus. Ich denke, ich nehme das dann, also das Video hier gerade nehme ich übrigens am Mittwoch auf, ne. Dass ihr hier mal Bescheid wisst. Das kommt am Donnerstag online und ich nehme am Donnerstag dann die Folge davon, also von Swipe Match Love auf. Und das wird dann beides kommen. Also wie gesagt, ich glaube als erstes kommt dann sogar das neue Format und der Real Life als zweites. Ich habe by the way gesehen, Are You The One startet auch im Dezember. Promi Big Brother, weiß ich noch nicht, ob Videos jetzt dazu kommen. Also ich warte immer noch darauf, ob das jetzt geht oder nicht geht. Mal gucken. Ich hoffe auf jeden Fall, ich hoffe sehr, wirklich. Und was kommt noch? Germany Shore, genau. Das startet glaube ich in einem Monat circa. Irgendwie 15. Dezember oder so. Da denke ich mal, schaut es eigentlich glaube ich ganz gut aus mit den Videos. Also hoffe ich, dass das dann klappt. Damit ihr so ein bisschen den Plan schon mal wisst für die Zukunft. Also es kommt ja generell eigentlich alles online. Und es laufen ja auch noch Formate, Bachelor in Paradise, The Real Life. Irgendwie, also ich weiß gar nicht. Bald glaube ich komme ich irgendwie nicht mehr hinterher. Das ist so, das ist, das ist für richtige Trash-Fans. Also Leute, die auf Trash abfahren, das ist genau das Richtige. Das, das wird richtig geil. Do you wanna date me? Do you wanna date me? Ich steh auf frisches Fleisch. Die Jagd ist eröffnet. Oh Gott ey. Ey, das wird so asozial, Alter. Das wird so asozial. Jeden Donnerstag gibt's ab jetzt auf RTL Plus Swipe Match Love. Das war ein mega geiles Spiel. Also der Ausschnitt sah jetzt schon mal nicht schlecht aus. Genau, du musst ja auch so sehen. Melody ist Couple-Challenge-Gewinnerin. Ich bin Couple-Challenge-Gewinner, so weißt du. Und da können wir nochmal gegeneinander spielen, so weißt du. Ja Freunde, hier ging's noch ein bisschen weiter mit einem Weihnachtsmarkt. Ihr wisst ja, wo ihr das noch abchecken könnt. Ich glaube, das Wichtigste haben wir hier erfahren heute. Und diepe Themen, neue Song-Infos, neues Format, alles dabei gewesen. Das war's mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wie immer. Aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Folgt mir bei Instagram. Und wir sehen uns morgen wieder. Beziehungsweise ja heute, äh, nee, morgen, doch morgen wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Ciao. Bis dahin, Freunde. Vielen Dank.